Hallo Marc, schön, dass du da bist, dass wir kurz die letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Zum Heimspielauftakt gegen Nöttingen gab es eine Punkteteilung. Jetzt in Bissingen beim schweren Auswärtsspiel waren wir siegreich bei einer Mannschaft, wo wir in der letzten Saison zweimal verloren hatten mit vier Punkten in der laufenden Woche. Wie fällt da deine Bilanz, dein Fazit dazu aus? Ja hallo erstmal von meiner Seite. Wir freuen uns natürlich das erste Mal auch seit langem wieder in Bissingen gewonnen zu haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jetzt so häufig vorgekommen ist, aber auch gerade am Samstag gegen Nöttingen haben wir schon auch gesehen, dass es kein Selbstläufer wird. Wir wussten, wo wir uns einlassen. Wir wussten, dass alle Mannschaften bei uns immer alles abrufen wollen und können dann auch on point und wir einfach ein bisschen mehr noch liefern müssen. Das ist uns jetzt am Samstag gerade in dem letzten Drittel nicht so gelungen, von meinem Fazit her. Deswegen haben wir nur 1-1 gespielt, müssen dann am Ende natürlich dann auch glücklich sein, dass wir den Punkt noch mitnehmen durften, durften in dem Fall. Und ja, haben uns aber dann schlussendlich doch für eine sehr ordentliche Leistung gegen Nöttingen belohnt, für mindestens einen Punkt. Es war mehr drin. Im letzten Drittel waren wir nicht so konsequent. Das, was wir jetzt an Konsequenz gegen Nöttingen nicht hatten, hatten wir jetzt glaube ich in Form von einer Abschlussstärke gegen Bissingen. Wir haben das schon ein Stück weit im letzten Drittel besser gemacht, auch mehr ganz klare Torchancen glaube ich rausgespielt wie gegen Nöttingen. Obwohl das Spiel ein bisschen anders war und auch immer wieder dadurch, dass wir lange 1-0 geführt haben, noch so ein bisschen auf der Kippe standen und wir nicht so richtig Ruhe reinbekommen haben im Spiel. Aber am Ende zählt trotzdem, dass vier Punkte auf dem Tableau stehen für uns, was jetzt für die zwei Spiele wirklich sehr, sehr ordentlich ist und was auch zeigt, dass wir eine absolut intakte Mannschaft gerade haben. Selbst nach dem kleinen Rückschlag nenne ich es mal. Also es war ja schon für viele sehr schwer und unvollständig, dass man mal 1-1 gegen Nöttingen spielt, was aber auch okay ist, was aber auch dazugehört. Wir aber totales Vertrauen in die Mannschaft und auch in die Breite des Kaders haben und auch trotz Ausfälle in Bissingen ein sehr, sehr gutes Spiel machen können. Weil wenn ich jetzt nur mal Namen nenne, wie Dickelhofer, Kiefer oder Czolic, die uns jetzt nicht zur Verfügung standen in Bissingen. Auf der anderen Seite hat dann ein Berischer ein sehr gutes Spiel gemacht, einen Redinger und auch einen Gorino, wo er reingekommen ist und auch einen Breit wieder ordentlich abgeliefert. Auch der Meier-Bruder Loris vorne hat wieder ein sehr ordentliches Spiel gemacht und eigentlich kann ich alle nennen, die wirklich mitgeliefert haben. Natürlich war es kein Hurra, herausragender Sieg von 4 oder 5-0 wie in Holzhausen, aber es gibt eben genauso, auch beim 1-0 drei Punkte. Das war unser Ziel in Bissingen und das haben wir, denke ich mal, sehr, sehr gut darstellen können und zeigt auch, dass wir extrem breit aufgestellt sind und auch viele Optionen im Kader haben. Das war uns wichtig und da auch einfach zu sagen, hey, wir sind überzeugt von unserem Weg, wir werden unseren Weg genauso weitergehen. Den Jungs immer wieder die Chance geben, sich auch zu präsentieren, weil sie einfach gute Leistungen auch im Training anbieten und das sollte der Weg auch für die Zukunft sein und da machen wir Step by Step wohl die nächsten Punkte und da wollen wir jetzt am Samstag gegen Backnander noch weitermachen. Genau, Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Backnang an, 18 Uhr dieses Mal mit anschließendem Fanfest. Das wird bestimmt eine schöne Sache. Definitiv, also ich hoffe, dass wir natürlich genauso diesen Punch wieder haben wie gegen Bissing, dass wir gleich da sind, dass wir gleich so ein bisschen die Massen auch, die da sein werden, ein bisschen begeistern können, ein gutes Spiel abliefern können und auch das, was man jetzt so ein bisschen in den Spielen hatte von Nöttingen, die spielerische Überlegenheit mit der Effizienz vielleicht oder die mehr Torchancen gegen Bissing vielleicht zusammenpacken können und auf ein Portfolio mit der Mischen zusammenmischen können und dann glaube ich, kann es ein sehr, sehr erfolgreicher Samstag werden. Und freuen wir uns auf Samstag. Vielen Dank, Marc, für dein Statement. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.